Jo liebe Leute, was geht euch? Trucker G ist wieder am Start unterwegs. Ich begrüße dich, ich brauche wieder ein wenig Geld. Es lässt sich nicht alles selber finanzieren wegen dem. Unser lieber Kollege Gio hat wieder ein paar schöne Aufträge für uns. Und ja... Working, working, working würde ich sagen. Gehen wir arbeiten. So, jetzt sind wir hier über unseren Truck drin. Was haben wir für Aufträge bekommen? Werkzeuglieferung. Okay, dann machen wir doch das. Gehen wir schon auf die Farben. Trucker ist vollgetankt. Den gehen wir doch. Ist doch mal gutes Wetter. Ist schön angenehm heute. Ah, das brauche ich hier anhängen. Okay. Gehen wir mal in den Werkstatt. Was gibt es hier als Trucker Shop? Jetzt haben wir einen Cash. Viel zu wenig, ja. 33. Oh, das ist Geld, Mann. Oh, das ist auch Geld, Mann. Aber er findet sich nicht Geld. Aber er findet sich nicht Geld. Abschuldigung. Ihr bleibt doch überhaupt nicht. Ab. Ruhigen. Ab. So Ja, Kollege, jetzt muss ich... Hä? Checken gar nicht, Mann. Abstellen So Ah, also dann fuhren wir uns schon das vor ein Tutorial da, abschliessen. Ich tscheche nicht, Kollege, als davon wir warten. Und jetzt? What the fuck, man, ich schicke nichts, man, ich... Alaska, da... Okay, ist gut. What the fuck, man, ich... Hä? Ich habe voll verloren, Kollege, was ist das? Da, Menü, und jetzt schliessen. Schliessen, raus. What the fuck? Ey, wieso kann ich da nicht rausmachen? Bin ich behindert, oder was ist das? So, Mingya... Goll... Hey, das wird mich verraschen, was ist das? Was ist das, ey? Ja, endlich, Mann, ey. Willkommen in Alaska, schön sind wir da. Da ist ja ein bisschen kalt, Kollege. So, jetzt... Anhänger shop. Acht, Acht, Anhänger... Holen. Ja. So, los geht's. Andere ist hier, Mann. Die Joes hat mir ja nichts. Shit, Gott, nicht, hm. Jetzt will ich doch die Anhänger mitnehmen. Dann muss ich den Vergleich da auch in den Golf führen. Hm... Okay, los geht's. Gut, los geht's. Gut, perfekt. Ah, das ist los geht's. Gut, los geht's. Gut, perfekt. Ah, das ist los geht's. Das ist los geht's. Das ist los geht's. Das ist los geht's. 1400, das ist nur so wenig. Ja. Et, Mann. Hä? WDR? 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 So, jetzt. Hey, je, das Menü, Mann. Gut, jetzt. Sägewerk. Lieferung zum Sägewerk. Lieferung zur Farm. Wo ist die Farm? Da. Los geht's. Ich schaue ihn. Ich schaue ihn, Kollege. Wieso geht's da nicht hin? Ja, schaue. Was? 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 Hey, ich check's nicht, ich muss doch da aufladen, oder nicht? Ich muss da holen. Ich war doch vorhin da gewesen, Kollege, Manni. Was wir wieder so was auch. Ja, das wird voll der beschissnige Werk, da mann. Oh, ja, 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 ja. Fahrt, haben wir nicht so. Neee. Oh, boah. Gut! Ja, wie geht's hier? Hey! Also bitte! 4 Millionen Tonnen Schwarzteile So 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 Ich komme doch da niemals hoch, Mann, oder hier, von mir da hoch. Ich denke, ich habe einen Führerwett, ich habe einen Führerwett, ich habe einen Führerwett, ich mache den Führerwett. Ich habe einen Führerwett, ich habe einen Führerwett. Bis zum nächsten Mal.